So eine Beleuchtung, da an der Treppi-Treppe hoch und ich habe ja hier auch so eine Leinwand, die man da dann aufhängen kann. Da könnten wir Fernsehen gucken, könnte man sich auch da in dem Flur das Familienbett aufbauen, das da hochkuschelig machen, geht auch. Im Wohnzimmer dann alle dunkel oder die lila eine Lampe an, je nachdem. Aber wir können das schon machen mit der Veranda, können wir machen. Ja, machen wir uns das da gemütlich, könnte ja Sonnabend früh kommen, wenn ihr wollt, vor Mittag ein bisschen um 10 Uhr. Wir bereiten dann das Frühstück vor und dann kommt ihr zu uns. Oder ihr kommt Freitagabend, also morgen Abend. Aua, mein Arm, Mann ey, mir tun die Erlenke weh. Jetzt habe ich gehust, so trage ich mir gleich den Arm aus, ich zehlt. Und ich habe Samsung gesehen, wie das er den Arm aus der Erde wohl exhaustiviert, ich habe hingehen was nicht historisch, aber nicht ich zwischendurch,